Hallöchen Freunde der Sonne, willkommen zurück zu Vernasche die Welt Spezial Box 2 Ich weiß nicht, ob André das eigentlich mal hinkriegt, die zu schneiden, bevor die hier draußen ist Ja, so lange sie runtergeladen wird Wir machen mal die erste Sache auf Sunbites Sieht aus wie diese Specksparten Das sind Meerkornchips aus Portugal Die sehen trotzdem aus wie diese Gipsen, Sour Cream, Salt oder Cheese Okay, ich finde die sehen trotzdem aus wie diese Bacon Ich weiß, aber die Bacon-Dinger sehen ein bisschen weiter anders aus Ich finde, ich sehe heute voll gut aus Guck dir mal das Licht an, das bestrahlt mich Aber sie riechen schon mal gut Also ich finde, die sehen irgendwie ganz anders aus Ja, jetzt auf den Ich bin, überhaupt hat schon jemand abgewiesen bei dir 3, 2, 1 Letzte Uschi Musst du es mit probieren? Und du bist da Sie schmecken ganz gut Sie schmecken ganz gut Komm, ich möchte mir jetzt das nächste Schwickstopp Kann doch ausgepackt in die Kamera halten Ich kann es euch erst mal zeigen Das sieht so komisch aus Ja Steht da was drauf? Tricks Ja, guck Ja Oh Lecker Karamell Übrigens die einzige Sache, die ich von Karamell esse Die nächste sind Sneakers und Twix Hier 3, 2, 1 Let's taste Komm, das ist Frankreich Was willst du als nächstes essen? Mh Ich fasse da gar nicht lecker aus Nein Okay, ich will das doch nicht machen Du hast gezungen Also Lion schmeckt man sich ziemlich geil Aber Da oben steht halt Nestle Für alle, die weiße Schokolade mit Kaffee Geschmack mögen Ich mag weiße Schokolade, aber ich mag keinen Kaffee Denn der Kinder Der Riegelklassiker aus Cerrallien Cerrallien Karamell und Knusslafer Wird hier mit einer köstlichen weißen Glasur kombiniert Das Ergebnis ist ein krosser und verführischer Riegel, der sich hören lassen kann Hast du ein Messer? Warum hat das so geknackt und das war eher so So sieht der von innen aus 3, 2, 1 Let's taste Muss man auch machen Doch 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 Wer dafür ist Das andere das auch machen muss Der liked das Für jeden like kriegt er wieder einen Schlag Dann kommt er auf seine 26 Schläge drauf Das ist einfach er Weißt du, du hörst dich irgendwie so ein sterbender Löwe Vergesst den sterbenden Spahn Ich hab gerade die sterbenden Löwen erfunden Hab ich schon sagen Auch wenn ich Kaffee nicht mag Find ich's ganz ok KitKat Balls Gibsch dir suchst du wieder deine Bälle Ne Ne ist nur noch meine Eier Für die das nicht wissen Ich spiel Pokemon Go Und da wusste ich nicht wo man die Eier findet Und da war halt eine andere geredet und so Hä wo bin ich denn meine Eier hier Immer diese Frauen die nichts essen 3, 2, 1 Let's taste Alter Ich weiß nicht ob die so komisch schmecken wie in dem Kaffee noch Ich glaube nicht Die schmecken glaube ich wirklich komisch Okay Aber wir müssen auch aus Frankreich Der Franzosen Ja du bist dran Ich bin dran Skittles Tropical Das sind aber alles Süßigkeiten die man kennt Also Müsstens die Firmen Ja Also das sind die Familiengröße Ich weiß ja nicht Ist das eine Einmannfamilie Geschwacksrichtung Bananebeeren Kiwi Zitrone Mango Tangelo Ananas Passionsfrucht Und Erdbeersternfrucht Okay Hier steht nur Passionsfrucht Orange Tropical Punch Pineapple Watermelon Die werden uns schon nicht anlügen Doch Wie wir sehen habe Viele Bundesmarties Ich habe keine Ahnung ob jemand noch was gesehen hat So sieht das ganz aus Ja Ich würde sie nachher noch probieren Drei Zwei Eins Let's taste Zwei Zwei selb Hä Zwei 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 Reese Browns stuffed with Reese Peanut Butter and cooked in milk chocolate Is und vergiss Is und vergiss Es riecht schon so als ob da Erdnussbutter drin ist Wo ist es denn? Aber es sieht auch nach alter Schokolade aus Kommt aus USA Oh, Zuckerbombe 3, 2, 1, Aziz Ich find's jetzt nicht schlecht Aber auch nicht sonderlich gut Aber okay Hab ich verstanden Prinzenrolle für Arme Prinzenrolle für Arme Ein Prinzip Estrellas Chocolate Blanco Prinzenrolle für Arme sind gefüllt mit Mädchcreme aus einer Schicht weißer Schokolade Okay So sehen sie aus Beide ich hab noch eine Minute für damit gehen Friendly Fire Ja Du wolltest vor einer halben Stunde eine Stunde sein, ja? Ja Ich hab noch andere Dinge zu tun So sehen sie aus 3, 2, 1 Let's taste Mechst Mechst noch mal Jetzt noch heidet dieser Bock M&M Cookie Ob die so schmecken wie die von Sattel? Ich glaub ich ja nicht Schau auch nicht Hat die von uns überhaupt eigentlich mal zugehört? Wann krieg ich schon einen halben Keks? Sind alles mal halbe Keks So sieht der Keks aus? Hier ist schon mal ein M&M drin Doch einer Ah einer Da ist er Hier ist mein Keks Möchtest du den ganzen Der ist mir jetzt so dickwärtsig Ich bin der gar jetzt genau 3, 2, 1 Let's taste Tschüss Die sehen ja hier besser Also ich finde der Keks schmeckt einfach nach Nichts Ich nehme jetzt meine Innereinrichtung aus und danach Heute ist freundlich feiert Deswegen auch dieses T-Shirt Ich hoffe ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen Mein Highlight sind die Skittles und Die Skittles Und die Chips Ich fand das nicht ziemlich gut Auch wenn wir keinen Kaffee machen Der Sterbende Löwe und Ja das war's eigentlich Ich fand das nicht außergewöhnlich besonders Oh doch die Chips waren noch gut Die hab ich gerade vergessen Ja genau die Chips waren ganz geil Wir sehen uns wir riechen uns Bis zum nächsten Mal Däumchen werden Träumchen